Willkommen in der Werkstatt! Heute bin ich nicht wirklich in der Werkstatt, aber es hat mit Werkstatt zu tun. Ich will nämlich ein CAD-Design machen, und zwar mit dem Programm Onshape. Onshape finde ich cool, weil es im Browser läuft und weil damit einfach Konstruktionen möglich sind, ohne besonders viel zu installieren. Und bezahlen muss ich auch nicht so besonders viel, es gibt nämlich eine freie Version für nicht kommerzielle Zwecke. Da muss man all seine Designs öffentlich zur Verfügung stellen, ich habe da aber kein Problem damit. Und ihr könnt euch also sowohl das Design, was ich jetzt zeichne, danach angucken, den Link gibt es dann in der Videobeschreibung. Oder ihr zeichnet es selber nach mit eurem eigenen kostenlosen oder von mir aus auch kostenpflichtigen Onshape Account. Worum es geht, ich weiß nicht, wer von euch sich vielleicht erinnert, es gibt die Strax-Bahn. Die Strax-Bahn ist so eine Art Murmelbahn für Autos, also von Carrera, so eine Bahn mit batteriebetriebenen Autos, die einfach links und rechts eine Bautsteinkante haben, deswegen fallen die dann nicht runter. Und dann kann man wie so eine kleine Achterbahn bauen. Also es gibt ziemlich viel Back-on-Up und es gibt so Kunststoff-Stützen, die man auch aufeinander setzen kann und so. Also es hat so ein bisschen Duplo-Qualitäten. Und auf diesen Stützen ist dieses Teil. Das ist ein Verbindungsstück. Hier oben kommt die Fahrbahn drauf. Die Fahrbahn hat auf der Unterseite so Lücken, da gehen diese zwei Zapfen hier rein. Und hier unten in diese Aussparung, da wird also dann die Stütze drauf gesteckt. Und ich habe leider nur noch eins von diesen Teilen hier und brauche eigentlich deutlich mehr. Und wenn ich das ein bisschen vereinfache, dann kann ich es auf dem 3D-Drucker ausdrucken. Und das ist eine tolle Möglichkeit, an so einen Teil zu kommen, weil die Straxbahn nämlich, soweit ich weiß, nicht mehr hergestellt wird. Auch vor allem dieses Modell nicht mehr. Und ja, ich habe einen kleinen Neffen und der würde gerne mit der spielen. Und dann braucht er natürlich auch die Verbindungsstücke zwischen Stützen und Fahrbahn. Das hier ist die Oberfläche von meinem Onshape. Da kann ich jetzt einfach sagen, hier, ich erstelle ein neues Dokument. Ich nenne das mal Strax-Zwischenstück. Das ist jetzt ein öffentliches Dokument. Und jetzt lädt Onshape. Eigentlich ist, wenn ich CAD was konstruiere, mit den üblichen CAD-Programmen, OpenS-Cut, funktioniert ein bisschen anders. Das ist mehr wie eine Programmiersprache. Aber mit den meisten CAD-Programmen, also FreeCut, das Onshape hier, aber auch kommerzielle Programme wie AutoCut oder so, die bauen meistens darauf auf, dass ich zuerst eine zweidimensionale Zeichnung mache und dann aus dieser zweidimensionalen Zeichnung, zum Beispiel mit Extrudieren, dann Objekte erzeuge. Und deswegen mache ich jetzt zuerst mal einfach eine Draufsicht auf mein Teil, bei der ich sozusagen die Grundform festlege. Dafür mache ich eine neue Skizze, nachdem ich die Top-Ebene ausgewählt habe. Die könnte ich jetzt auch hier nochmal ändern. Also man sieht hier, wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann sind die Ebenen immer hervorgehoben und ich kann jetzt die Selektion wieder entfernen, beziehungsweise auswählen. Und dann kommt hier die Top-Ebene bei Skizzen-Ebene. Und das ist im Prinzip alles, was ich brauche. Ich muss das noch nicht bestätigen auf dem grünen Knopf hier oben, sondern die Skizze ist jetzt automatisch schon angefangen. Aber die Ansicht dreht sich nicht automatisch. Das geht mit einem Rechtsklick irgendwo hier rein und dann sage ich einfach Ansicht senkrecht zu Skizzen-Ebene. Und dann dreht sich die Ansicht automatisch so, dass ich drauf gucke, ohne irgendwelche Verzerrungen. Und ich kann anfangen loszuzeichnen. Für mich sind jetzt diese Ebenen-Markierungen hier eigentlich eher im Weg. Die kann ich mit diesem Augensymbol in der linken Leiste ausschalten. Und dann habe ich hier wirklich nur noch den Nullpunkt, den Origin, übrig. Und ansonsten kann ich loslegen. Nochmal hier zu dem Teil. Meine Idee ist, ich möchte also jetzt im Prinzip diese Form hier zeichnen. Da muss ich also genug Platz lassen, dass ich später hier so eine Aussparung lassen kann, wo dann die Stütze hinkommt. Und mache diese äußere Form. Dieses Teil hat hier außen so Haken. Die werden beim 3D-Druck sowieso abbrechen. Das ist, ja, mit einem Spritzgussteil kann man das machen. Also von Carrera aus war das eigentlich auch ganz nett, weil man das auch seitlich an die Stützen dranhängen kann. Das wird jetzt halt mit dem Originalteil gehen. Bei dem 3D-gedruckten Teil versuche ich das gar nicht, weil bei so einem schmalen Stück die Layer-Ethigen, die reicht niemals. Das würde mir sowieso abbrechen. Das fange ich gar nicht an. Ich mache sozusagen jetzt nur ein Teil, was man oben auf die Stütze draufsetzen kann. Und dafür messe ich jetzt erstmal hier so die ungefähr, muss ja nicht extrem exakt sein, ich messe mal die Länge aus. Und ich komme da auf 10,4 cm Länge und eine Breite von 4 cm. Wobei, ich glaube, ich mache das gleich ein bisschen größer, damit ich ein bisschen mehr Fleisch habe. 3D-Drucke mache ich gerne einfach größer als Spritzgussteile, weil die haben nicht die gleiche Stabilität wegen dieser Schichtung und weil sie ein Infill haben. Und auch wenn sie sehr voluminös sind durch das Infill und die filigrane innere Struktur, werden die ja eigentlich auch sehr leicht. Und ich brauche auch nicht sehr viel Plastik für einen voluminösen 3D-Druck. Also insofern rächt sich das nicht. Und für die Stracksbahn ist das auch nicht wichtig, wenn das ein bisschen dicker ist. Das darf es ruhig sein. Diese Form hier, das ist ein Kreisteil. Und ein Kreisteil kann man hier als Drei-Punkt-Bogen auswählen. Da gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, was ich hier wählen kann bei diesem Werkzeug. Mir erscheinen Drei-Punkt-Bogen eigentlich durchaus passend. Und da kann ich jetzt sagen, ich wähle mir irgendwo so einen Punkt, den ich da mit der Maus zeichne. Dann irgendwo anders noch einen zweiten Punkt. Die genauen Dimensionen, die lege ich dann später fest. Und dann positioniere ich hier noch so ungefähr diesen Mittelpunkt. Und das Ganze ist jetzt so ein bisschen krumm und auch nicht wirklich festgelegt im Vergleich zu diesem Mittelpunkt. Deswegen zeigt OnShape das jetzt hier noch so blau an. Blau heißt sozusagen, diese Linie hat jetzt noch Freiheitsgrade. Die kann noch in verschiedene Richtungen bewegt werden. Und jetzt kann ich anfangen, diese Freiheitsgrade einzuschränken mit Constraints. Constraints sind diese ganzen Symbole hier oben auf der rechten Seite der Toolbar. Und da kann ich jetzt zum Beispiel hier so zwei Punkte auswählen und sagen, die sind horizontal auf einer Ebene. Und wenn ich das mache, dann kann ich die nur noch zusammen verschieben. Dann hängen die sozusagen alle, also die beiden Punkte hängen jetzt auf einer Ebene fest. Und dadurch ergibt sich schon mal eine gewisse Symmetrie. Und das ist mir jetzt total recht. Das will ich haben. So, jetzt hätte ich gerne, dass die auch noch symmetrisch sind. Und zwar zu einer geraden Mittellinie. Dafür zeichne ich jetzt eine Linie, aber nicht irgendeine Linie. Also das Werkzeug hier hinten ist einfach eine gerade Linie. Da könnte ich jetzt einfach klick, klick von einem Punkt zum nächsten Punkt und dann entsteht eine Linie. Aber ich kann hier hinten auch dieses Konstruktionssymbol zusätzlich anklicken. Und das sorgt dafür, dass die Linie, die ich jetzt zeichne, eine Hilfslinie ist. Und wenn ich schon Punkte in der Zeichnung habe, so wie jetzt, kann ich auch sagen, ich fange diese Linie an diesem Punkt an. Dann bekommt der sozusagen für seinen Linienanfangspunkt den Constraint, dass er auf dem bestehenden Punkt draufliegen soll. Diesen Constraint kann ich auch nachträglich hinzufügen, wenn das irgendwie schwierig war, das sofort zu machen. Aber Onshape ist so designt, dass ich ziemlich schnell loslegen kann mit den entsprechenden Constraints, sodass wenig Freiheitsgrade übrig ist und ich gar nicht so oft da in diesem rechten Teil der Leiste rumklicken kann. Also ich klicke jetzt zuerst mal diesen Punkt an und dann einen Punkt hier auf der Linie. Dafür, also man sieht jetzt, die wird dann so orange. Das bedeutet, es gibt da einen Constraint, dass der Punkt auf der Linie liegt. Und an dieser Stelle, da ist noch so ein zusätzliches Rechteck. Das ist sozusagen der Mittelpunkt von diesem Kreis. Den will ich haben. Ich will, dass diese Hilfslinie am Mittelpunkt des Kreises endet. So, ich könnte jetzt hier direkt die nächste Linie zeichnen, weil das einfach, wenn man Linien zeichnet, braucht man das öfters. Deswegen ist das so eine Bequemlichkeitsfunktion. Wenn ich aber die Escape-Taste drücke, dann bin ich jetzt schon fertig mit dem Liniezeichnen. So, diese Linie ist jetzt auch automatisch senkrecht geworden. Wenn nicht, könnte ich die anwählen und hier auf Vertikal klicken und dann würde sie automatisch senkrecht werden. Was ich aber stattdessen haben will, ist auch noch ein Deckungsgleich. Wenn ich deckungsgleich dieses Constraint zusammen mit einer Linie und einem Punkt mache, dann sorge ich dafür, dass dieser Punkt auf der Linie liegt. Ich wähle das mal aus. Also man kann auch immer die Constraints zuerst auswählen und dann die beteiligten Elemente in der Zeichnung. Also, wie rum man das macht, ist meistens egal. Im Zweifel, falls mal was nicht funktioniert, erst das Werkzeug wählen, so wie ich es jetzt in diesem Moment mache und dann anklicken. Das hat bei mir immer funktioniert. Und jetzt wähle ich mir zuerst den Punkt aus und danach die Linie. Und zack, rastet die ein und liegt jetzt hier schön genau drauf. Wenn ich jetzt Escape drücke, ist jetzt das Werkzeug hier abgewählt. Das ist so ein sehr leicht zu erlernender Shortcut, der sich meiner Meinung nach in der Praxis lohnt, den ein bisschen zu lernen. Und ich kann jetzt hier den Punkt auf der Linie verschieben. Dadurch verschiebt sich noch die Größe von diesem Ding hier. Aber prinzipiell ist da jetzt schon deutlich mehr festgelegt. Also ich kann das jetzt nicht mehr asymmetrisch machen, diesen Bogen, sondern der ist jetzt immer symmetrisch mit diesen Außenpunkten. aber zum Beispiel wie der Radius genau ist, das kann sich immer noch verändern. Jetzt habe ich aber ja eben Maße ausgemessen. Und dafür gibt es das Bemaßungstool, wenn ich die eingeben möchte. Das ist hier dieses Bemaßung beziehungsweise Shortcut D. Jetzt ist es ausgewählt. Und wenn ich jetzt hier zwei Punkte auswähle, ich nehme jetzt die Endpunkte von diesem Kreisstück, dann bekomme ich hier so eine Entfernung. Das ist das, was sich jetzt als Entfernung im Moment, so wie die Punkte gerade in der Zeichnung liegen, ergibt. Ich habe als Standardeinheit Millimeter angegeben, man kann aber eben die Einheiten auch immer dazu schreiben. Also ich kann jetzt auch zum Beispiel, wenn ich nicht umrechnen will und auf meinem Lineal hier halt auch Zentimeter drauf sind, kann ich auch Zentimeter eingeben und sagen, ich habe gemessen 10, ah, ich sollte vielleicht amerikanisch, 10,4 Zentimeter, also einfach Leerzeichen Zentimeter, dann ist das ein korrektes Maß. Beachtet, das kommt halt aus dem englischsprachigen Raum, da setzt man ja kein Komma, sondern einen Punkt, aber dann funktioniert das. Und Onshape hat jetzt das Maß direkt für mich umgerechnet. Das ist jetzt schon hier in Millimetern angezeigt, weil, wie gesagt, die Default-Einheit ist Millimeter und 10,4 Zentimeter sind ja 104 Millimeter. Und was ich jetzt machen kann, ist zu sagen, die Hälfte der Breite, ich habe etwa 4 Zentimeter Breite gemessen, das heißt, die Hälfte davon wären 2 Zentimeter. Ich sage mal, ich würde gern 2 Millimeter drauf schlagen, das heißt 2,2 Zentimeter. Das ist mein Abstand zur Mitte. Deswegen kann ich jetzt hier ein Maß einstellen zwischen diesem Origin-Punkt, diesem Mittelpunkt, den ich für mein Objekt verwenden will, und dem Punkt, der auf dem Kreis liegt. Das kann ich jetzt auch wieder so verschieben, dass es mir nicht im Weg ist. Und wenn ich die Einheit weglasse, wird die Standardeinheit genommen. Also, wenn ich hier 22 eingebe und enter, dann sind das automatisch 22 Millimeter. So, ich messe mal noch hier außen aus, wie breit dieser Teil ist. Das sind bei mir etwa 12 Millimeter. Da füge ich jetzt eine Linie ein, die auch 12 Millimeter lang ist. Die geht hier runter, und jetzt sehe ich da rechts, unterhalb meines Maus-Cursors, ein Symbol, einfach so ein vertikaler Strich. Dieser vertikale Strich bedeutet, wenn ich jetzt einen Klick mache, dann zeichnet mir Onshape eine Linie ein, die auch sofort den Wert der Vertical Constraints hat. Wenn ich das nicht will, kann ich die Maus noch ein bisschen weiter weg bewegen von dem Punkt. Dann endet die Linie einfach genau dort, wo ich hinklicke. Und für Horizontal zum Beispiel gibt es das Gleiche. Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, ich will eine Linie, die einfach auf der gleichen Höhe wie ein anderer Punkt endet. Das fügt dann auch wieder den passenden Constraint ein. Ich will so eine vertikale Linie, und die füge ich jetzt einfach mal ein. So, die sollte jetzt auch noch eine Länge kriegen. Da kann ich es mir jetzt ein bisschen leichter machen mit dem Bemaßungswerkzeug. Wenn ich nämlich eine Linie habe, kann ich die auch einfach direkt anklicken mit dem Bemaßungswerkzeug. und dann bekomme ich automatisch direkt ein Maß, was ich verwenden kann. Ich kann auch zweimal klicken, also von dem Strich zum Beispiel auf den Punkt. Dann ist das ein Maß für den Abstand zwischen dem Punkt und der Linie. Das heißt, je nachdem, ob ich ein- oder zweimal klicke, gibt es da verschiedene Modi, wie das funktioniert. Ja, und jetzt kann ich hier einfach sagen, ähm, 12 mm soll dieser Abstand sein. Aber, äh, was sich jetzt ergibt ist, das passt irgendwie von der Höhe her nicht ganz so, wie ich das haben will. Ich hätte nämlich gerne, dass das genau hier in der Mitte liegt. Und, äh, da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte entweder wieder so eine Aktion mit so einer Mittellinie im Hilfslinienmodus machen. Ich kann aber auch einfach sagen, ich klicke hier den Origin-Punkt an mit dem Bemaßungswerkzeug. Ähm, oh, jetzt habe ich zweimal geklickt. Das war natürlich nicht so schlau. Ah ja. Und, ähm, jetzt bekomme ich, wenn ich die Maus hier hin halte, den Abstand zwischen diesen zwei Punkten, ähm, sozusagen den direkten Abstand, Luftlinie. Wenn ich sie an andere Stelle bewege, bekomme ich auch einen horizontalen Abstand, will ich aber auch nicht. Wenn ich sie hier rüber bewege, dann bekomme ich den vertikalen Abstand. Den will ich eingeben. Das sind nämlich 6 mm. Dann bin ich nämlich genau in der Mitte. So, das Maß ist jetzt für mich nicht so positioniert, dass ich es vernünftig lesen kann. Deswegen, wenn ich das, ähm, Bemaßungswerkzeug abgewählt habe, dann kann ich das auch positionieren. Ich kann jetzt hier sagen, ich schiebe das so, dass die 6 hier ein bisschen drüber steht. Und, äh, jetzt kann man auch erkennen, wie das hier gemeint ist. So, mit den ganzen Maßen habe ich jetzt dafür gesorgt, dass sowohl der Bogen, den ich gezeichnet habe, als auch die Linie, die haben jetzt feste Maße. Also, das Programm weiß jetzt genau, wo sie liegen sollen. Es ist nichts mehr undefiniert. Wenn ich jetzt irgendwas anfassen will und rumschieben will, kann ich das auch gar nicht mehr. Weil die Constraints, die legen exakt fest, wo jetzt diese ganzen Linien im Raum liegen sollen. So, jetzt kann ich mir es ein bisschen einfach machen, weil das Teil ist symmetrisch. Und zwar würde ich jetzt gerne das spiegeln. Dafür kann ich hier so eine, also ich spiegle jetzt erstmal diese kleine Linie auf der linken Seite. Dafür wähle ich mir jetzt hier die Hilfslinie aus, die ich schon habe und die Linie. Und zack, habe ich auf der anderen Seite eine gespiegelte Linie mit genau den Abständen. Und da ja alles schon Punkt auf Punkt lag, kommt die jetzt genau an der richtigen Stelle zu liegen. So, jetzt würde ich eigentlich gerne das Spiegeln auch nochmal auf der anderen Seite weiterverwenden, damit ich nicht mit so einer Dreipunktlinie da anfangen muss. Und deswegen mache ich mir jetzt eine zweite Hilfslinie. Dafür kann ich jetzt hier den Mittelpunkt auswählen und hier den Mittelpunkt auswählen und habe dann auch schon eine komplett festgelegte Linie, weil die beiden Endpunkte von der Linie sind jetzt hier durch Constraints direkt beim Anklicken schon festgelegt gewesen. Und damit gibt es jetzt hier keine Möglichkeiten mehr für Onshape irgendwas noch variabel zu halten. Das heißt, diese Hilfslinie kann sich nicht bewegen, deswegen ist sie sofort schwarz geworden. Und jetzt kann ich halt wieder diese Spiegelnaktion machen. Die klicke ich an, klicke zuerst die Linie an, an der ich spiegeln möchte und dann das Element, das ich spiegeln möchte, jetzt den Bogen und jetzt bekomme ich eine komplett geschlossene Form. Das heißt, es gibt jetzt hier diese zwei geraden Linien und die zwei Bögen und die bilden hier jetzt eine geschlossene Form und weil, also Onshape zeigt das an, dass diese Form geschlossen ist, indem es das hier so grau hinterlegt. Und damit ist jetzt meine Zeichnung eigentlich schon fertig. Das heißt, ich kann jetzt hier oben links auf den grünen Haken gehen und dann ist diese Skizze gemacht. So, jetzt ist der nächste Schritt. Ich will ein Volumen daraus machen. Dafür will ich jetzt aber erst mal wissen, wie dick das Ding hier eigentlich ist. Dafür benutze ich hier mal den Messschieber. Schieblehre soll man ja nicht mehr sagen, weil es das Werkzeug schnell mal beschädigen kann, wenn man damit zum Beispiel anreist oder so. Oh, das ist eigentlich ein Messwerkzeug. Man soll das nicht machen. So, leider ist das wegen diesem Hohlraum ein bisschen schwer zu messen. Ich muss ein ganz klein bisschen über den Daumen peilen. Aber ich komme jetzt hier auf eine Höhe von 18,5 ungefähr. Ist jetzt nicht auf ein Hundertstel genau gemessen. Aber ich würde jetzt gerne meine Zeichnung, eine Höhe, also eine Dicke von 18,5 geben. Damit ich das ein bisschen besser sehen kann, kann ich hier in die 3D-Ansicht klicken, mit der rechten Maustaste gedrückt gehalten, die Maus bewegen und dann gibt das so eine Schrägansicht. Wie schräg die eigentlich ist, sieht man ja an so einer 2D-Zeichnung nicht so gut, aber dieser Würfel hier oben in der Ecke, der hilft dabei einzuschätzen, wie ich das jetzt genau verdreht habe. Und jetzt kann ich hier diesen Button benutzen, linear austragen, und mit diesem Werkzeug kann ich jetzt meine Form auswählen und schon hat Onshape mir eine dreidimensionale Form daraus gemacht. Die will ich jetzt aber auf die Höhe einstellen, die ich jetzt gerade hatte, also 18,5 mm und jetzt hat sie auch das dicken Maß, was ich eigentlich haben wollte. Und ja, da ich jetzt nichts mehr daran verändern möchte, kann ich jetzt auch sagen, ich bin zufrieden damit, ich mache einen Haken dran. So, jetzt habe ich hier in der 3D-Ansicht drehbar so eine etwas fischförmige Form und jetzt kann ich mir überlegen, mit was ich weitermache. Ich kann entweder sagen, ich probiere jetzt mal diese zylinderförmigen Nippel hier, die die Fahrbahn festhalten, zu zeichnen oder ich mache hier unten diese Aussparung, wo dann die Stütze ansetzen kann. Ich glaube, damit lege ich jetzt los und mache damit weiter. Dafür kann ich mir eine Seite von diesem Ding als Skizzenebene auswählen. Also ich kann sagen, ich mache jetzt eine neue Skizze, die hat jetzt noch gar keine Ebene und wenn ich hier drauf gehe und habe so eine flache Seite, dann wird die hervorgehoben. Die abgerundete Seite von dieser von dem Kreisteil, die wird da nicht angeboten, die kann ich nicht auswählen für eine Skizze. Ich kann nur flache Seiten auswählen und dann nehme ich jetzt hier die Unterseite. Und damit ich da ordentlich zeichnen kann, sage ich wieder Ansicht senkrecht zur Skizzenebene und ja, dieser Ausschnitt ist einfach nur rund, also zeichne ich jetzt mal einen Kreis. Der Kreis besteht, also da klicke ich zuerst den Mittelpunkt an und dann einen Punkt auf dem Kreis. Der Mittelpunkt ist einfach hier der Nullpunkt meines Koordinatensystems und der äußere Punkt, den lege ich mal einfach irgendwo hin fest, so dass ein Kreis entsteht, der ein bisschen kleiner ist als mein Außenradius, weil das schon so ungefähr der Form entspricht. jetzt messe ich mal wieder wie viel hier was ich an Innenmaß kriege. Ich messe 35,91 Millimeter. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei 3D-Drucken ist es sinnvoll, bei meinem Drucker etwa 0,2 Luft zu halten. Das heißt, aus den 35,9 je nachdem, wie ich messe, merke ich, dass es auch mal 36 sind. Also ich würde sagen, Carrera hatte da wahrscheinlich den Versuch gewagt, genau 36 Millimeter zu haben und das, ja doch, eigentlich klappt das an vielen Stellen von diesem Teil recht gut. Die hatten eine gute Form für ihre Spritzgussmaschine. Also ich ziehe jetzt mal 0,2 von den 36 ab und lege damit den Durchmesser fest. Das geht auch mit diesem Bemaßungswerkzeug. Und zwar auch wieder mit einem Klick, so ähnlich wie bei der Länge an der Linie. Wenn ich einen Kreis, also einfach Bemaßungswerkzeug auf einen Kreis anwende, legt das immer den Durchmesser fest. Und da kann ich jetzt was angeben und ich kann da auch mit rechnen. Also ich kann auch sagen, 36 Millimeter minus 0,2 Millimeter und Onshape wertet das aus und hat jetzt hier automatisch für mich subtrahiert und 35,8 eingetragen und damit ist diese neue Zeichnung auch schon wieder abgeschlossen, weil da ist ja nur diese eine Rundung drin. Also kann ich jetzt hier wieder auf den grünen Haken gehen, die Zeichnung damit abschließen und ich kippe mal wieder die Ansicht, dass man ein bisschen sieht, was passiert und jetzt kann ich das gleiche Werkzeug wie vorher nehmen. Linear austragen, das ist so ein bisschen ultimatives Werkzeug. Da wähle ich jetzt meine Kreisfläche aus, die ich eben gezeichnet habe und jetzt versucht er natürlich so wie vorher Volumen hinzuzufügen. Deswegen ist hier oben auch hinzufügen ausgewählt. Wenn ich auf Neu gehe, bekomme ich stattdessen hier unten in der Bauteilliste ein zusätzliches Teil. Das kann man machen, wenn man in der gleichen Zeichnung gleich mehrere Teile erzeugen will. Das ist manchmal sinnvoll, um die Übersicht zu behalten und gewisse gemeinsame Maße zu verwenden. Ich möchte aber weder Neu noch hinzufügen, sondern Entfernen benutzen. Und dann wird das hier entfernt von der Ebene aus. Da ich von vorne drauf geguckt habe, als ich das gezeichnet habe, ist dann Entfernen auch ins Werkstück oder in das Stück, was ich da designe, rein. Und blind heißt einfach, es wird die Tiefe verwendet, die hier eingestellt ist. Ich kann da auch andere Sachen eingeben, zum Beispiel bis zur nächsten Fläche oder durch alles. Das macht dann einfach in beiden Fällen ein Loch. Ich will eigentlich bei blind bleiben, aber 25 Millimeter ist zu viel. Deswegen messe ich mal wieder, was Carriera so hier vorgesehen hat an Tiefe und da komme ich auf 14,35 Das Maß ist mir zu krumm, ich nehme 14,5 Also trage ich hier über der Tiefe 14,5 also beziehungsweise 14,5 ein und dann geht das Loch nicht mehr ganz durch, sondern stattdessen ist das hier so eine Tasche in der Sprache der Maschinenbauer also eine Vertiefung wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Fräse das Teil herstellen würde dann wäre hier halt so ein Loch wo vielleicht dann auch eine CNC Fräse irgendwie im Kreis fahren würde oder so und das nennt man dann eine Tasche So damit ist jetzt hier hier unten diese Aufnahme für die Stütze schon mal da Jetzt muss ich eigentlich nur noch hier oben diese Nupsis da anbringen und was ich auch interessant finde ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt diese Stütze hat auf der Oberseite so eine gewisse Rundung diese Rundung ist dafür da die Stracksbahn da ist die Fahrbahn sehr beweglich und wenn man seine Achterbahn so baut dass es sozusagen auf der einen Seite von der Stütze bergauf geht und auf der anderen Seite sofort wieder bergab dann würde die natürlich auf so einer harten Kante total aufliegen das wäre natürlich nicht so schön deswegen ist es jetzt sinnvoll diese Oberfläche eben auch so ein bisschen abzurunden ich will das mal nachmachen so ein 3D Drucker kann ja auch ganz schön komplizierte Formen machen dafür möchte ich jetzt eine Skizze machen und ich denke als Skizzen Ebene bietet sich hier so eine Stirnseite an das gute ist bei so einer Stirnseite ich bin nicht festgelegt auf die Fläche sozusagen die ich hier schon in meiner Zeichnung habe sondern ich habe einfach nur jetzt eine Skizze auf dieser Seite und ich kann jetzt zum Beispiel auch den Mittelpunkt dieser Ebene hier benutzen das ist ganz praktisch um jetzt diese Rundung zu machen ich nehme mal für die Rundung auch wieder so einen Dreipunkt Bogen und ich fange mal einfach hier so mitten in der Pampa an und positioniere das alles so ungefähr weil ich jetzt wieder eine ganze Menge Constraints festlegen muss also ich habe jetzt wieder den Fall wie vorhin eigentlich ist hier nichts richtig festgelegt ich will wieder eine Mittellinie haben also suche ich mir den Mittelpunkt und habe das Hilfslinien Werkzeug ausgewählt und gehe wieder rüber zu dem anderen Punkt allerdings ist die jetzt nicht so gerade wie sie vorher war die hätte ich gerne horizontal also klicke ich hier einfach auf das Horizontal Constraint und dann ist sie irgendwie ziemlich nicht horizontal geworden das gefällt mir nicht deswegen gute Gelegenheit zeige ich euch mal wie Constraint wieder entfernt wenn ihr auf die Linie geht dann wird das hier angezeigt und deswegen konnte ich das jetzt mit der Maus auswählen dass es jetzt so gelb hinterlegt und wenn ich jetzt auf entfernen drücke dann ist der Constraint auch wieder weg und ich kann jetzt hier auch wieder die Punkte beliebig rumschieben wie ich das will aha ich habe meinen Fehler entdeckt ich bin jetzt hier verdreht das sehe ich hier oben an diesem Würfel da ist jetzt die Beschriftung dass das die Rechtsseite ist oder die Rechtsansicht die ist um 90 Grad gedreht und ich will jetzt einfach die kann ich mit diesem Pfeil hier drehen die will ich so drehen dass das Rechts gerade steht und jetzt merke ich was ich da vorher als horizontal angegeben habe ist eigentlich eher eine vertikale Linie das sieht jetzt auch schon viel besser aus dann sorge ich mal noch dafür dass der Mittelpunkt wieder auf dieser Linie liegt und jetzt kann ich auch versuchen hier zwei Punkte aufeinander zu setzen und zwar der Mittelpunkt von dieser von der Fläche der Oberkante der Fläche der soll sich genau decken mit dem Mittelpunkt von meinem Kreis dann kann dann kann als weiteren Constraint auch die beiden Punkte hier wieder auf eine horizontale Höhe bringen und jetzt verschiebe ich mir einfach mal mit der Maus die Punkte so wie sie mir so halbwegs gefallen und messe jetzt einfach mal hier zum Rand hin da komme ich auf etwa 16 Millimeter dieses Maß gebe ich jetzt mal hier ein also der Abstand zwischen dem Origin und diesem Außenpunkt in der Höhe soll 16 betragen so jetzt ist natürlich immer noch nicht festgelegt wo dieser Punkt ist das ist aber in dem Fall auch nicht wichtig ich will nämlich sozusagen hier eigentlich nur so ein temporäres Objekt bauen was dann so eine Schnittebene gibt also das ist wer an Mengenlehre denkt ist genau richtig also ich will jetzt sozusagen jeden Punkt im Raum der zu beiden Objekten gehört den will ich behalten und alles andere wegschneiden und möchte mir jetzt das zweite Objekt designen so dass das geht dafür das wird jetzt gleich noch ein bisschen klarer was damit genau gemeint ist dafür wenn ihr die Objekte in 3D seht dafür nehme ich mir jetzt hier einfach die Maus und verschiebe diese Punkte recht nah an diese Außenkante hier und nehme jetzt einfach diesen Punkt und den Origin Punkt und sage ich will dieses Maß hier festlegen und dann sehe ich oh das ist ja ein ganz schön krummes Maß 22,15 ich hatte vorhin 22 angegeben die nehme ich doch gerade wieder so das sieht jetzt ziemlich so aus als wäre das würde das hier aufliegen es wäre ehrlich gesagt nicht schlimm wenn es ein bisschen übersteht das würde immer noch eine sinnvolle Form ergeben aber mit 22 weiß ich von vorhin liege ich genau richtig so das ist jetzt aber noch nicht grau hinterlegt das ist noch keine geschlossene fläche die kann ich aber ganz schnell bekommen indem ich hier das linienwerkzeug nehme jetzt ohne hilfslinie und hier in der ecke mal anfangen und dann kann ich da so linien zeichnen und jetzt kann ich sagen hier der origin punkt von dem aus will ich gehen jetzt habe ich hier so eine gestrichelte linie und jetzt sehe ich hier unten neben dem mauszeiger gibt es zwei constraints und zwar soll auf der gleichen höhe wie der origin sein und ansonsten eine vertikale linie das finde ich genau richtig deswegen klicke ich und weil es das linienwerkzeug ist und on shape mir es bequem machen will ist jetzt auch direkt die nächste linie wieder ausgewählt da kann ich damit bleibt hier neben dem mauszeiger das constraint auf der gleichen höhe wie die ecke bleibt bestehen und wenn ich das jetzt hier runter ziehe dann kommt zusätzlich der horizontale linie constraint dazu jetzt klicke ich wieder und jetzt wird es ganz easy jetzt muss ich nur noch den punkt hier treffen da gibt es nur einen constraint dafür und zack war jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu sehen aber diese fläche ist jetzt so minimal mehr grau geworden und das bedeutet sie ist eine geschlossene fläche alle linien sind nicht mehr blau sondern schwarz das heißt die kann man jetzt auch wieder extrudieren das heißt ich kann aus der zeichnung raus gehen beziehungsweise bestätigen dass ich fertig bin mit dem zeichnen mit dem grünen haken und hier bei linear austragen da ich drehe das mal ein bisschen kann ich mir jetzt das auswählen die einzelnen flächen hier die sind jetzt irgendwie aufgeteilt das liegt daran dass ich auf die bestehende rechteckige fläche drauf gezeichnet habe und on shape die möglichkeit sieht das aufzuteilen entlang dieser linie die genau auf diese zeichnungsebene drauf ist ich und dann bekomme ich die gesamt form die ist jetzt hier ist ein bisschen verdreht ich gehe mal hier auf die ecke damit das klarer wird hier ist jetzt wieder das hinzufügen ausgewählt blind mit einer richtung gefällt mir nicht so gern gut ich könnte jetzt wieder entfernen machen so wie vorher dann wird hier was weggeschnitten ist ja auch nicht das was ich will aber ich kann auch sagen hier schneiden also ich will jetzt das was in beiden 3d objekten drin ist nur ist jetzt durch dieses blind durchgehen da ist das nicht nicht genug also nicht die volle tiefe und damit ich auf jeden fall die volle tiefe erreiche kann ich auch sagen macht die die tiefe der extrusion also macht das Teil so groß dass es bis zu einer fläche geht wenn ich bis fläche auswähle dann kann ich hier reinklicken das muss so blau hinterlegt sein aber wenn das blau hinterlegt ist dann kann ich in meiner zeichnung einfach eine fläche auswählen und bis zu der geht es dann wenn ich also jetzt diese fläche auswähle dann ja sieht man nicht besonders viel aber wenn ich von hier gucke sieht man meine rundung ist jetzt hier auf die oberfläche übertragen ich bestätige das mal damit einfach ein objekt entsteht und wenn ich das jetzt hier in der 3d ansicht ein bisschen rumdrehe dann seht ihr dass meine 3d konstruktion eine ähnlich subtile krümmung auf der oberfläche hat wie hier das original teil von cavera so jetzt fehlt noch diese beiden dinge hier diese zylindrigen teile und hier an der außenkante das soll auch noch ein bisschen dicker sein werden dafür ich glaube ich mache das mal zuerst also hier außen soll sozusagen eine einfassung entstehen damit die fahrbahn einrasten kann und die nicht irgendwie seitlich sich verschieben kann und dafür mache ich jetzt einfach erst mal wieder eine skizze und zwar ausgehend nicht von der ebene sondern von dieser unterkante ich könnte natürlich auch in dem fall einfach die draufsicht ebene benutzen also top hier links allerdings habe ich so die möglichkeit auch hier so ecken mit zu benutzen und das ist doch recht hilfreich um jetzt zum beispiel zu sagen ah ich will wieder solche dreipunkt bögen haben und die sollen ja ich lasse die mal so die sollen hier auf diesen linien liegen ich zeichne mal gleich mehrere davon so und jetzt kann ich sagen also ich könnte jetzt sozusagen nachgucken was ist das hier eigentlich für ein radius gewesen der sich hier ergeben hat und den radius dann auf den bogen übertragen das geht aber auch automatisch ich kann nämlich dieses gleich constraint hier benutzen das gleich constraint heißt bei einer linie zum beispiel wenn ich eine linie anklicke und dann eine andere linie dann werden die gleich lang das heißt das was bei gleich festgesetzt wird ist im prinzip das maß was ich bekommen würde wenn ich das objekt einfach mit dem bemaßungswerkzeug anklicke wenn ich also sage ich möchte diesen radius und diesen radius gleich haben dann ist die neue linie von mir kaum noch zu sehen weil sie nämlich wirklich exakt den gleichen Radius haben die reihenfolge ist egal beides geht also ich wählen genau dann kann ich mit dem vertikal constraint die hier wieder auf eine ebene bringen und mit dem bemaßungswerkzeug jetzt wieder ein maß eintragen das ich einfach hier schnell ausmesse und zwar messe ich 13,25 da will ich wieder so ein bisschen 3D Drucker toleranz lassen deswegen nehme ich jetzt einfach mal 13 so zack das ist noch nicht geschlossen deswegen muss ich jetzt hier noch die linie nachzeichnen und hier die linie nachzeichnen aber da die Eckpunkte schon festgelegt sind bleiben die nicht lange blau das heißt ich habe jetzt hier schon eine schöne geschlossene form die ist wunderbar gerade wenn ich mir jetzt wieder eine hilfslinie erschaffe hier in der mitte von mitte zu mitte dann habe ich eine schön gerade hilfslinie und kann die benutzen um diese ganze form zu spiegeln und ich probiere jetzt mal ob das funktioniert wenn ich das hier auswähle und sage spiegeln das funktioniert nicht also ich kann das spiegeln werkzeug auch so benutzen dass ich mehrere linien auf einmal auswähle und dann das werkzeug auswähle dann eine spiegellinie und dann spiegele ich all diese ausgewählten linien auf einen schlag und deswegen habe ich jetzt hier sowohl links als auch rechts habe ich dieses ding so jetzt muss ich zum explodieren weil die zeichnung eigentlich schon wieder fertig ist muss ich noch die höhe bestimmen das mache ich von der tischkante aus da komme ich auf 26 mm also bestätige ich mal dass die zeichnung fertig ist wähle mir jetzt ich muss mal wieder ein bisschen schräg dass man es besser sieht wähle mir die zwei aus und jetzt ist hinzufügen eigentlich genau das was ich will die 26 cm sind auch fast schon eingestellt man kann hier übrigens auch mit dem Mausrad reingehen und dann erhöht sich das pro Klick von dem Mausrad um also jede Einrastung von dem Mausrad ist dann eine Veränderung um eine Einheit also da Millimeter die Standardeinheit sind ist das jetzt ein Millimeter mehr 26 ist richtig aber es ist in die falsche Richtung ich hätte gern dass das auf die andere Seite geht und dafür gibt es diesen Pfeil hier neben dem Blind Dropdown Menü der gibt einfach an in welche Richtung das funktioniert und wenn ich den umdrehe dann sind das 26 Millimeter von unten das heißt es stehen hier oben nur noch so ein paar Millimeter raus genau ich würde sagen wir nähern uns der Form jetzt fehlt als nächstes diese beiden Zylinder die hier auf der Oberseite rausstehen und die muss ich jetzt auch wieder mit so einer Gesamthöhe bestimmen weil ich ja hier oben so eine runde Fläche abgezogen habe deswegen eignet sich die Oberseite jetzt nicht mehr als Zeichnungsebene aber ich kann ja immer noch Sachen auf die Unterseite drauf zeichnen so jetzt muss ich ein bisschen gucken wie ich an die richtigen Maße komme ich kann hier zum Beispiel den Abstand zwischen diesen beiden Kreisen bestimmen der ist nämlich 62 Zentimeter das heißt ich zeichne jetzt einfach mal zwei Kreise ein irgendwie irgendwo die haben nicht den gleichen Radius und so das macht aber nichts das reicht damit ich den Abstand zwischen den Mittelpunten hier eintragen kann und da will ich jetzt tatsächlich nicht so eine horizontale oder vertikale Bemaßung sondern jetzt will ich wirklich so eine Luftlinie und die ist 66 das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen trial and error und den erspare ich euch im Endeffekt auch also wahrscheinlich werde ich dieses Ding drucken und dann merken dass es nicht genau passt aber beim zusammenstecken werde ich ziemlich leicht sehen können wo es nicht passt dann setze ich mich später einfach nochmal an den Rechner und kann dann diese ganzen Maße in meinem CAD Design die kann ich auch im Nachhinein verändern ich kann also auch Maße aus der allerersten Zeichnung kann ich kann ich nochmal verändern und dann ändert sich alles mit ich kann natürlich es kann sein dass ich damit was kaputt mache zum Beispiel wenn ich Maße so verändere dass es einfach bestimmte Flächen nicht mehr gibt von denen aus ich dann im späteren Verlauf wieder Zeichnung gemacht habe wenn sowas passiert dann markiert Onshape das mit so roten Warnsymbolen hier in diesem wie nennt man das eigentlich Bearbeitungshistorie also in diesem Ding dann muss ich da nochmal ran und muss gucken an welcher Stelle ich das repariere manchmal kann man dann auch andere Flächen zuordnen oder so aber gerade für solche kleinen Anpassungen wenn ich einfach sage verdammt einen halben Millimeter daneben ist es überhaupt kein Problem da heranzugehen und das so direkt einfach zu beheben so das nächste Maß was eigentlich ziemlich einfach zu messen ist ist der Durchmesser von diesem Ding hier da messe ich 7,2 ich hatte ja vorhin schon erzählt 0,2 Toleranz scheint mir für einen 3D Drucker sinnvoll deswegen setze ich den Durchmesser mal hier lieber auf 7 und nicht 7,2 das ist aber auch so ein Maß wenn es nicht gut klemmt und die Bahn hält nicht dann werde ich eben nochmal drucken müssen und dann kann es schon sein dass ich mich da mit 7,1 oder 7,15 oder so langsam ran arbeite an das Maß was ich im Endeffekt wirklich brauche so ich habe jetzt hier mit dem Gleichwerkzeug oder mit dem Gleich Constraint habe ich den Durchmesser übertragen das heißt meine zwei Dinger hier sind jetzt vom Durchmesser her gleich und jetzt mache ich mir mal so ein paar Hilfslinien damit ich die punktsymmetrisch zueinander hinkriege das heißt ich zeichne mir mal so eine Hilfslinie hier vertikal durch und dann noch so eine horizontale Hilfslinie und jetzt kann ich das ist so ein bisschen rund dieses Teil deswegen ist das gar nicht so leicht also manchem Maßen ein bisschen schwer zu messen weil wenn ich es auf den Tisch lege zum Beispiel dann kann das ja so hin und her wippen aber was ganz praktisch ist hier in der Mitte also in exakt der Mitte ist die die Stelle wo die Einspritzung von der Spritzgussmaschine war und deswegen habe ich hier einen sichtbaren Mittelpunkt und man kann auch einfach hier so ein Stahllineal benutzen um es geht eigentlich jeder Art von Lineal um so ein bisschen eine Hilfslinie zu haben da weiß ich nämlich wenn das jetzt hier genau über die Mitte drüber geht über diesen Einspritzpunkt von der Spritzgussmaschine dann kann ich hier hinten einfach mal von Lineal zu Zylinder messen und das müsste eigentlich ganz gut hinhauen wo ich messe 5,2 bei so etwas ungenauen Messungen habe ich mir angewöhnt einfach zu runden weil die meisten Konstrukteure die wollen eigentlich lieber irgendwie gerade Maße benutzen also sie wollen nicht ein Maß von 5,23 oder so sondern die sagen wieso 5 Millimeter ist doch gut das heißt wenn ich so etwas messe was irgendwie super nah an einem Maß dran ist was mir plausibel vorkommt dass ein Konstrukteur das gewählt haben könnte dann stelle ich immer das gerundete Maß ein und das damit bin ich gut gefahren das hat eigentlich oft schon funktioniert das heißt ich mache jetzt mal hier so ein Maß von 5 Millimeter als Abstand und das gleiche kann ich für hier unten festlegen 5 Millimeter so das sieht schon mal ganz gut aus übrigens was ihr auch machen könnt bei solchen Sachen einfach von ganz gerade von oben abfotografieren und dann sich das auf dem Bildschirm drauflegen und einfach an den Pixeln ausrichten muss man nur auf die Perspektive der Kamera achten also am besten ist es mit irgendwie einem ellenlangen Teleobjektiv von super weit oben irgendwie durchs Treppenhaus abzufotografieren wer so Equipment hat ist gar nicht so schlechte Möglichkeit so eine Weitwinkelkamera wie im Handy die hat so Parallaxeneffekte also da gehen ja sozusagen die Strahlen dann so schräg und wenn ein ein Teil halt eine Höhe hat dann kann das Ungenauigkeiten ergeben so Sachen sind total relevant für Leute die irgendwie zum Beispiel Requisiten aus Filmen nachbauen also und dann nur so Einzelbilder aus dem Film haben oder Fotos von Auktionen oder Messen oder so und ja diese Fotos die sind manchmal sehen sie echt gut aus gerade wenn es für eine Auktion war ist das oft schön fotografiert aber man muss immer einberechnen dass die Objektive ein bisschen verzerren und ja deswegen ist es mir immer lieber ich habe was in der Hand und kann an dem messen das funktioniert nämlich normalerweise relativ gut so ah ja was ich auch ganz gut messen kann wegen diesem Mittelpunkt achso ja Moment haha ich weiß ja der Mittelpunkt ist genau zwischen denen dieses Maß habe ich ja noch nicht festgelegt das heißt ich kann hier eine Linie dazwischen zeichnen was jetzt wie ein Fehler aussieht das passiert wahrscheinlich auch öfter mal also ich wollte jetzt hier so eine Linie einzeichnen aber als Hilfslinie jetzt habe ich aber eine richtige Linie gezeichnet die kann ich jetzt einfach selektieren wenn die so orange ist und wenn ich dann wieder hier oben auf dieses Konstruktionssymbol gehe dann wird sie gestrichelt und ist jetzt eine Hilfslinie also das ist eigentlich ziemlich praktisch man kann da hin und her schalten wie man will und auf die Art dann auch die Hilfslinien Eigenschaft sozusagen nachliefern so was ich jetzt möchte ist der Mittelpunkt dieser Linie der soll der gleichzeitig auf dem Origin liegen das ist jetzt wieder das deckungsgleich Constraint und da muss ich jetzt hier die Maus so ein bisschen über diese Linie führen um den Mittelpunkt zu kriegen verdammt ich kriege ihn nicht das ist ja blöd Trick 17 ich kann auch sagen ich zeichne eine weitere Linie ein jetzt wird es mir nämlich angezeigt und die kann ich jetzt hier zum Beispiel auch im 90 Grad Winkel zur bestehenden Linie machen und so dass sie hier hinten aufliegt und ich kann auch beide Constraints haben und da habe ich jetzt eine sinnvolle Mittellinie und jetzt habe ich hier auch einen Punkt und den Punkt den kann ich jetzt hier mit diesem Deckungsgleich auch ja auf diese Mittellinie zum Beispiel drauflegen jetzt sind hier in meiner Zeichnung eine ganze Menge gestrichelte Linien aber es ist wieder wenigstens alles schön festgelegt keine Linie keine Linie ist mehr blau und ich kann das jetzt wieder benutzen um zu extrudieren das heißt ich gehe jetzt hier wieder auf ich selektiere mir meine zwei Dinge ich kann mit Shift kann ich immer mehrere Formen auf einmal selektieren kann jetzt hier sagen austragen jetzt ist wieder das Problem in Anführungszeichen das blind in die falsche Richtung geht das ist aber leicht zu beheben ich messe jetzt hier erstmal noch die Höhe aus da komme ich auf 28 Millimeter das heißt das gebe ich hier als Höhe an drehe mir die Richtung um und kriege dann hier so zwei schöne Zylinder die oben raus stehen so jetzt habe ich prinzipiell eigentlich schon mal die richtige Form das gefällt mir eigentlich ganz gut das sieht schon ziemlich aus wie das hier aber es ist so kosmetisch gesehen irgendwie noch nicht so schön also das ist alles irgendwie noch sehr eckig und so ein 3D Drucker kann ja auch eine ganze Menge Rundungen machen und dafür gibt es diese tollen Verrundung Werkzeuge die kann ich hier auswählen und dann alle Kanten auswählen die ich verrunden möchte dann nehme ich jetzt mal zum Beispiel hier diese Oberkanten und kann dann Moment die abrunden ich überlege gerade ob mir das gefällt weil es ist nicht ganz die Form hiervon aber andererseits ich sehe nicht warum das irgendwie schlechter sein sollte wenn das so ist ich glaube das lasse ich manchmal ist das durchaus sinnvoll sich nicht extrem viel Arbeit zu machen also ich könnte natürlich jetzt auch wieder mit einer Kugelfläche die eine Boolean Vereinigung also ein Boolean Objekt konstruieren und dann sozusagen das nehmen was zu beiden Objekten gehört und damit die Oberfläche abrunden sodass trotzdem noch eine gewisse scharfe Kante übrig bleibt aber ehrlich gesagt das ist mir jetzt zu viel Stress außerdem so richtig lehrreich ist es nicht mehr nachdem ihr für diese Fläche hier auch schon gelernt habt wie ihr das dort macht deswegen lasse ich das jetzt einfach so ich mache mal noch ein paar weitere Verrundungen zum Beispiel ist hier bei dem Teil dort wo die Fahrbahn drüber geht diese Außenkanten die sind auch relativ stark abgerundet vielleicht nicht ganz 5 Millimeter Radius aber 2 sind es glaube ich schon und dann sind noch eine Menge andere Kanten so ein bisschen abgerundet nehme ich jetzt auch mal eine Verrundung und wähle einfach diese ganzen Kanten aus da muss man dann auch manchmal so ein bisschen um das Objekt rum rumfahren wie ihr seht macht Onshape das relativ schön das ist dann auch wenn solche Verrundungen aufeinander treffen das ist das wirklich schön ja solche Kugelflächen einbaut an den Stellen wo die aufeinander treffen man kriegt damit auch Formen hin die zum Beispiel für Gussformen geeignet sind für Gussformen sind nämlich solche ganz scharfen 90 Grad Winkel sind total ungünstig dann kriegt man das Teil aus der Form nicht so raus und oft ist es auch ein bisschen stabiler wenn man die Form ausgerundet hat und das heißt wenn das von der Konstruktion her nicht notwendig ist dass da ein scharfer Winkel ist dann ergibt das Sinn da überall Verrundungen einzufügen ich habe jetzt hier bewusst die Verrundung auf der Unterseite weggelassen das ist so ein kleiner Trick für die 3D-Druck-Experten eine Verrundung fängt natürlich mit einem sehr flachen Winkel an das heißt da habe ich wahrscheinlich schnell mal einen zu großen Überhang und der Drucker macht das nicht so gut deswegen meide ich das eigentlich also an den Kanten die das Druckbett berühren da mache ich dann oft lieber eine Phase dran eine Phase ist so ein 45 Grad Winkel und so eine Phase die hat den Vorteil dass wenn man so einen Elefantenfuß beim Drucken hätte also wenn die erste Schicht ein bisschen breiter ist weil das Bett heiß ist und weil vielleicht auch die Betthöhe nicht ganz perfekt ist und es ein bisschen zu viel Material auf der ersten Schicht ist das fällt alles nicht mehr auf wenn es dort eine Phase gibt und dann muss man da viel weniger nachbearbeiten nicht schleifen und so also das kann wirklich Arbeit sparen probiert es mal aus ich mache die aber gerne relativ klein zum Beispiel auf die Höhe der ersten Schicht die drücke ich normalerweise mit 0,3 Millimeter was dann bedeutet dass das alles gerade so ein bisschen nach hinten verschoben ist wobei ich sagen muss ich glaube in dem Fall sind mir 0,5 lieber dann ist sie nämlich auch ein bisschen zu sehen 0,3 Millimeter Phase ist im Prinzip im gedruckten Teil gar nicht mehr zu sehen weil ja die erste Schicht 0,3 ist das heißt wenn ihr wollt dass das ein bisschen auch nach der Phase ausseht dann macht sie einen Ticken größer ja und hm hier drin werde ich natürlich einen Überhang kriegen da muss ich mir jetzt überlegen ob ich den auch wirklich so drucken will ich glaube ja man hat prinzipiell an so einer Stelle die Möglichkeit sich vom Slicer Stützmaterial dort rein planen zu lassen das ist ja meistens so ein bisschen lose und man kann es zumindest mit einer Zange ganz gut rausbrechen was man aber auch machen kann und damit habe ich auch durchaus schon gute Erfahrungen gemacht ich könnte jetzt hier so einen Pflock rein planen der nicht also der an keiner Stelle verbunden ist mit der Form der hat dann zum Beispiel nach oben hin einen Abstand von 0,2 oder 0,3 Millimetern also zu dieser Kante einen Abstand von 0,3 sagen wir mal und hier nach außen hin würde ich dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Abstand lassen vielleicht ein Millimeter oder so weil eine Brücke über einen Millimeter ist nie ein Problem und was der 3D Drucker dann macht er druckt diesen Pflock mit den gleichen Einstellungen aber danach hat der einfach eine flache Oberseite und danach muss er ja Brücken bauen also er muss dann für diese Fläche die ich jetzt gerade ausgewählt habe da muss er eigentlich eine Brücke bauen die viel zu groß ist und normalerweise würden die Plastikfäden dann so durchhängen deswegen werden die die Brücken oft unsauber aber wenn dann 0,3 Millimeter drunter schon irgendwas Festes ist dann hängen die einfach nicht weit durch und das führt normalerweise dazu dass ich eine recht passable Brückenschicht bekomme die aber nicht wirklich eine Verbindung hat und das heißt diesen Pflock den kriegt man also entweder er fällt einem aus dem Druckbett direkt schon entgegen oder man kriegt ihn ganz leicht mit ein bisschen Hebeln in dem Spalt kriegt man ihn raus ist aber auch ein bisschen mehr Arbeit und ich glaube in dem Fall werde ich das Stützmaterial das Kura mir produziert gut genug rausbekommen und ja deswegen würde ich sagen mein Strax Zwischenstück ist jetzt fertig ihr habt gesehen wie das hier funktioniert wie ihr selber so ein Teil zeichnen könnt ich habe natürlich jetzt nicht jedes beliebige Tool was Onshape enthält präsentiert da gibt es Zugelemente und Extrusionen entlang von einem Pfad und so Onshape hat auch eine Doku guckt da einfach mal rein und schaut euch an wie die Entwickler das dokumentieren das ist oft gar nicht so schlecht gemacht es gibt auch eigene Videos von den Onshape Entwicklern meistens halt auf Englisch aber man kann sich da eine Menge abgucken und ich hoffe das was ich jetzt hier produziert habe ist gut genug dass ihr einen Einstieg findet dass ihr selber konstruiert in Onshape ich werde jetzt hier mein Teil exportieren und einfach sagen das hier ist jetzt mein Strax Teil bei SCL Export gehe ich mal noch ganz kurz auf die Eigenschaften ein Binär Format da werden die Dateien ein bisschen kleiner habe ich noch nie Probleme mit gehabt funktioniert gut Einheit Millimeter ist richtig Auflösung Mittel scheint mir zu reichen für sehr feine Rundungen die absolut gut genug sind für jeden Slicer ihr könnt auch fein nehmen dann kriegt ihr eine entsprechend größere Datei falls ihr also das Gefühl hat oh da sehe ich aber die Abstufung wie also aus einer Rundung dann ein Polygon gemacht wurde dann stellt hier einfach die Auflösung hoch danach wird das weg sein und ich möchte einfach herunterladen deswegen Option herunterladen speicher das ab dauert so eine Sekunde und dann fragt mich der Browser wo ich die Datei speichern will so ich hoffe euch hat es spaß gemacht ich wünsche euch viel spaß bei eigenen designs ihr könnt übrigens auch mein design nehmen und das einfach kopieren das geht wo geht das hier oben auf diesem Burger Menü da könnt ihr auch das kopieren und das in euren eigenen workspace laden und in eurem eigenen workspace könnt ihr dann auch verändern und umkonstruieren wie ihr wollt und alle möglichen sachen die euch an meinem design nicht gefallen könnt ihr dann einbauen viel spaß damit ciao